Erl war die Nummer 9 der Rockport Blacklist. Sein richtiger Name ist Eugene James und er ist in der Lower East Side von Rockport aufgewachsen. Er hat schon immer davon geträumt, irgendwann mal groß rauszukommen. Er begann früh mit Straßenrennen und machte die Küste von Rockport unsicher, was seinem Vater nicht besonders gefiel, weil da dieser Polizist in Rockport war. Manche glauben, Cross sei sein Vater gewesen, aber an diesem Gerücht ist nichts dran. Wie auch die anderen Blacklist-Fahrer zuvor, wurde er erst von Razor besiegt und anschließend vom originalen Besitzer des M3. Erl war einer der Blacklist-Fahrer, der auch während der großen Verfolgungsjagd gejagt wurde. Er konnte knapp entkommen, aber sein Wagen erlitt schwere Schäden. Er fuhr einen Mitsubishi Evo 8. Er tauchte fürs Erste in Palm City unter. Dort hatte er einen Freund, der seinen Wagen reparierte. Erl blieb vor, erst in Palm City und fuhr dort weiter rennen. Nach einigen Monaten war er nochmal in Rockport und beobachtete dort zufällig, wie Baron verhaftet wurde und wie zuvor der Porsche aus Barons Garage geschafft wurde und gegen einen Dodge Challenger getauscht wurde. Er hatte einen guten Überblick, da seine Freundin in derselben Straße wie Baron lebte. Erl ist quasi der Einzige, der bezeugen kann, dass Baron nicht der eigentliche Fahrer des Dodge Challenger war, doch tat er nichts. Er hatte Sorge, selbst wieder ins Fadenkreuz der Polizei zu geraten. Denn seit dem Rockport-Vorfall hatte er kaum noch Ärger mit der Polizei. Es war, als hätte sie ihn vergessen. Erl lebte weiter vor sich hin und fuhr Rennen in Palm City. Sein Gewissen machte ihm allerdings immer wieder zu schaffen, bis er sich irgendwann entschied, der Polizei zumindest einen Tipp zu geben. Er rief in der Zentrale an und sagte nur, Carl Smith ist nicht der Fahrer des Dodge Challenger und beschrieb einige Autos, die er vor Barons Haus sah und wie sie den Porsche gegen den Challenger tauschten. Er beschrieb Importwagen und Musclecars mit schwarz-rot-weißen Designs und legte wieder auf. Danach beendete er auch seine Karriere als Racer. Er hatte einfach keine Lust mehr und widmete sich Sportarten. Da er ursprünglich eine Lehre im IT-Bereich machte, suchte er auch wieder nach einem normalen Job in dem Bereich. So traf er eines Tages zufällig auf Sony. Irgendwie ergab sich dabei ein gemeinsames Projekt, mit dem die beiden ein Vermögen machten. Erl hatte sich seinen Traum erfüllt. Er war eine große Nummer. Zwar nicht mehr in der Racing-Szene, dafür aber in der Gaming-Branche. Denn Erl und Sony entwickelten ein Programm, welches heute in vielen Games zum Einsatz kommt. Ansonsten trifft man Erl auch gelegentlich beim Snowboarden an. Erl hat sich erfolgreich von seiner Street-Racer-Zeit und der Blacklist distanziert und führt bis heute ein sorgenfreies Leben, abseits von all dem Chaos, welches bei einigen anderen ehemaligen Blacklist-Fahrern herrscht. Was mit Baron geschah, nachdem er die Polizei einen Tipp gab, weiß er nicht. Er machte sich aber auch keine weiteren Gedanken darüber. Ohne den Rennstress und die ständige Flucht vor der Polizei konnte Erl endlich sein Leben in vollen Zügen genießen. Seine Vergangenheit als Nummer 9 der Rockport-Blacklist schien in einem anderen Leben stattgefunden zu haben. Erl fand Erfüllung in seiner Arbeit, seinen sportlichen Aktivitäten und der Ruhe, die sein neues Leben mit sich brachte. Ab und zu tauchte Erl in der Szene auf, um alte Freunde zu treffen, aber er vermied es, in die dunklen Schatten seiner Vergangenheit zurückzublicken. Sein Weg führte ihn weit weg von der Hektik der Straßenrennung und er genoss wirklich jeden Moment seines sorgenfreien Lebens. Einige Jahre vergingen, seit Erl sich von der Rennszene zurückgezogen hatte. Eines Tages erhielt er jedoch einen mysteriösen Anruf. Die Stimme am anderen Ende der Leitung war verzerrt und flüsterte geheimnisvoll, die Vergangenheit holt jeden ein, Erl. Du kannst nicht für immer davonlaufen. Verwirrt und beunruhigt begann Erl, Nachforschungen anzustellen. Er stieß auf Hinweise, die darauf hindeuteten, dass sein scheinbar ruhiges Leben nicht so frei von Schatten war, wie er dachte. Sein alter Freund Sony schien mehr zu wissen, als er Preis gab. Und hinter den Erfolgen ihres gemeinsamen Programms verbergen sich düstere Geheimnisse. Im Laufe seiner Recherche entdeckte Erl eine verschlüsselte Nachricht auf dem Rechner von Sony. Als er den Code knackte, offenbarte ihm sich eine bisher unbekannte Verbindung zu Darius und Baron. Das Geld, welches Sony in die Entwicklung des Programms steckte, schien ursprünglich vom Konto von Baron zu stammen. Erl stand vor der Entscheidung, ob er die Wahrheit aufdecken oder weiterhin vor seiner Vergangenheit fliehen sollte. Die Zeichen deuteten darauf hin, dass Sony Barons Konto für Darius gehackt und gesperrt hatte und im Gegenzug einen Teil des sich darauf befindlichen Vermögens kassieren durfte, nachdem es gewaschen wurde. Allerdings wusste Erl nicht, wer Darius überhaupt war. Das ruhige Leben, das Erl aufgebaut hatte, drohte plötzlich zu zerbrechen und er musste sich entscheiden, ob er neu in die Welt der Intrigen und Renn zurückkehren würde. Nur kurze Zeit später klopfte es eines Tages an seiner Tür. Und als er sie öffnete, stand ein Mann vor der Tür, den er eigentlich nicht kannte. Er wusste auf jeden Fall nicht, wer er ist, aber der schien ihn zu kennen. Schnell wurde klar, dass dieser Mann sehr viel über Erl wusste und was er in der Vergangenheit getan hatte und was er alles mitbekommen hatte. Und er war da, um ihm zu helfen. Er wollte ihm nichts Böses. Er sagte einfach nur, dass er alle Infos bis ins Detail haben wolle, die er hat in Bezug zu Baron und dem Vorfall mit dem Dodge und dass er sich darum kümmern würde, dass Erl sich damit nicht beschäftigen muss, dass er sein Leben so, wie er es jetzt aufgebaut hat, weiterleben kann und nicht in Probleme geraten würde. Erl entschloss sich, ihm alles zu erzählen. Das Angebot, dass er sich darum kümmert und er sich da überhaupt nicht einmischen muss und einfach sein Leben weiterleben könnte, ohne Ärger zu bekommen, war einfach zu verlockend. Er erzählte ihm, was er den Tag gesehen hatte, als Baron verhaftet wurde, wie der Dodge Challenger in der Garage platziert wurde und was mit den Porsche passierte, was für Autos dort standen und auch, was er herausgefunden hatte, was Sony angeht mit Darius und Baron. Dass Sony wahrscheinlich das Konto von Baron gehackt hatte und dass Baron nach allem, was er so gesehen hat, vermutlich sogar unschuldig ist. Der Mann wollte aber immer noch mehr über Darius zum Beispiel wissen. Doch sagte Erl, dass er diesen Mann nicht kennt und keine Ahnung hat, wer er ist. Darauf sagte der Mann einfach nur, dass es auch besser so ist und er sich da wirklich nicht einmischen sollte und sich jetzt darum kümmert, dass alles seinen Weg geht und Erl sich dort nicht einmischen müsste. Er hat ihm empfohlen, sich nochmals abzusetzen, seine Handynummer zu wechseln, seine Adresse zu wechseln, einfach wegzuziehen und alles nochmals hinter sich zu lassen und auch die ganzen Kontakte, die er zur Blacklist noch hatte, zu beenden, einfach um aus dieser Sache komplett rauszukommen. Um den Rest würde sich der unbekannte Mann selbst kümmern. Erl tat dies auch. Er hatte absolut keine Lust darauf, dass er wieder in diese dunkle Szene gerät und dass ihm irgendwas, das, was er aufgebaut hat, zerstört. So suchte sich Erl also eine neue Bleibe, eine neue Heimat. Auch brach er den Kontakt zu Sony ab, wirklich zu jedem, den er noch aus den Blacklist-Zeiten kannte und lebte von da an einfach weiter sein ruhiges Leben. Er hatte einfach unwahrscheinliches Glück, dass dieser Mann ihn nochmal aufgesucht hatte und ist damit so ziemlich aus allem, was da noch so vor sich ging, raus. Er konnte einfach in Ruhe sein Leben leben und das ist so ziemlich das Beste, was ihm passieren konnte. Ja, das war die Story von Erl. Ich hoffe mal wieder, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da und abonnieren nicht vergessen. Da hat der Gute ja richtig Glück gehabt noch und ist nicht in irgendeiner Bredouille gelandet wie andere Blacklist-Fahrer und kann jetzt einfach in Ruhe und Frieden sein Leben leben, so wie das sein muss. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.